So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Duo Gears of War. Können wir mal was passieren, wenn man den Hebel zieht? Garnix. Perfekt. Haben wir die Spiele an Lautstärke richtig angestellt? Ja, das ist alles noch so gut vorher. Gut, dann geht es jetzt weiter mit, keine Ahnung, wie geht es weiter, Pascal? Weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht. Na gut, wir können die Königin suchen. Das mit Maria können wir ja leider nicht vergessen. Ja, oh mein Gott. Was für eine dramatische Folge das jetzt war. Oh ja. Gears of War. Knack, knack, knack. Zeigt sich da wirklich spielerisch. Alter, die fahren Wände hoch. Ohne Endewände. Und da fahren auch Wände hoch. Und da fahren auch Wände hoch. Haben wir auch. Überall. Ja, hier ist ein Schalter. Ich glaube, wenn ich den jetzt umlege. Hier geht unsere Deckung. Yes. Oh, da kommt unsere Deckung. Hier hinten geht Deckung. Hier ist ein Schasch. Das ist ein Schalz. Ohlala. Mal gucken, was wir jetzt davon halten. Hier kommt mein Kollege. So, nochmal rum und auf. Ach, scheiße. Da drüben. Er senkt die Deckung. Oh, oh, oh. Das ist wahrscheinlich die unsere Deckung, aber... Oh. Das ist unsere Deckung, die wir eben. Weil ich kann die jetzt einfach wieder erheben. Hast du ihn abgeschossen? Ich'll nicht uns spazieren. Ich bin, wenn wir die in den Vorder etwas mehr nehmen. Ach, mal wieder. Oh. Ich hab mir noch die letzte즈 Schalz. Ja. Das finde ich auch witzig. So. Komm, 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 komm. Ach, du meinst? Wir sind in der Hauptstadt, das ist doch klar, dass wir da eine Menge Ärger bekommen. Aber wir sind auch auf der Suche nach Ärger, denn wir wollen Maria retten. Vor allen Dingen, was sind wir over? Ja, kommen wir nach hinten mit Krocken. Warte, ich kriege hier so. Achso, hier sind ganze Menge untergefahren. Ah, Deckung ist untergefahren. Das finde ich auch geil. Genau, ich wollte sagen, wir wollen nicht nur Maria rechnen, sondern auch das, was sie hier angetan haben. So. Oh, das war ziemlich geil. Oder? Das ist auch gut so. Oh, du hast den auch kaputt gemacht. Ich kann auch noch keinen verschießen. Ja, ist gut. Ich habe auch schon einen Scharschen mit der. Und? Und? Verdient hat er das. Verdient. Grinder. Oh, oh, oh. Warte mal, wir warten bis du bei diesem komischen gelben Hin da bist. Oder wir schießen an die Hand jetzt. Oh, wir schießen. Die überlegene Art wird siegen. Immer. Das sieht aber gerade nicht mehr so gut aus, Kollege. Ich will den auch. Ja, willst du die Munition haben? Juff mit dir. Wieder sprechen. Boah. Ich nehme mir aber hier eine von den Dicken rum. 500 Schuss. Freude. So, jetzt kann ich auch mal mithalten, aber ich bin ein bisschen langsamer als du. Ich glaube. Kannst du mal lang gehen? Also du kannst schon mal den Weg suchen? Weißt du auch mal wie das ist? Ich spiele das jetzt durch. So, finden wir den Weg zum Palast. Was ist denn hier eigentlich in der Luft? Sind wir nah genug in der Luft? Ja. Oh, da stehe ich hin. Oh, da stehe ich hin. Oh, da stehe ich an die Tür. Ja, das heißt wir haben den Weg gefunden. Aber jetzt müssen wir nur noch guten Platz finden. Sollte doch nicht so schwer sein, würde ich sagen. Da hinten sehe ich schon welche. Batsche! Ja. So. Äh, jetzt sind diese Marsha am Stich. Die haben aber einen Schwerpunkt. Ja. Also die anderen sind auch ein Schwerpunkt. Das, äh, wir sind hier auch so eine Art Schwankhaus, glaube ich. Das ist natürlich super toll. Ich habe mich schon rissen. Das Spiel ist sehr gut gefällt. Ich muss aber auch funktionieren. Ich tue mir das gleich. Ja, wir hatten ja auch selber ein Problem. Ja. Ja, das ist sehr gut. Ja, das ist gut. Ich bin der Mann, die wir machen. Ja. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Voll wichtig Talent. Ja, geschafft. Ich bin wütend. Ach, kümmer. Was ist das denn? Ist das nicht? So ein Felswurm. Der Wurm, ah. Ja, so ein Stücke geschnitten. Also kann man sie doch vernichten, sagen wir mal. Ja, und es ist entscheidend essen sie halt auch. Guck mal ums Reifen. Scheiße. Schöne, was blöder kann da dann. Oh fuck, ich bin tot. Du hast gesehen. Kriegt man da weg. Oh, kriegt man ganz schnell da weg. So, alles. Tatsächlich, guck mal, hier sind auch schon wieder diese... Würmchen. Die essen echt diese Würmer, die man nicht mal mit Kanonkugeln... Äh, wir schauen, aber die man so eine Sauerei anstellt kann. Weiß nicht, vielleicht haben wir irgendwie so ein Schwert oder so. Von da gekriegt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber interessant. Ja. Wie sein Nahrungsplan. Wie er ist es. Nirgends gibt es bessere Krieger. Niemand kann uns aufhalten. Das werden wir sehen, Dreckstück. Ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er. So. 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 Ich mag die Scharfschätzung sehr gerne. Ich brauche nur so lange bis ich aufsteige. So, welches Gewehr würde ich mir gerne nehmen? Was gibt's hier? Position. Jetzt sind wir nah genug. Jax, aktiviere das Signal. Wir sind direkt vor dem Ding da. Guck mal. Super, schon wieder so unauffällig wie noch auf die Bombe. Das hätte er nicht sagen können. Überraschung, Überraschung. So, ein Maktion mit dem Ding hier. Guck mal was passiert. Yes. Hält man Zeit, ne? Kaputt, ne? Ach, die Explodierter mit ihm sogar. Oh, was hat das denn gemacht? Wollte ich nachladen. Ich hab das in Frage gestellt. Bisschen kloppen. Hier kommt eigentlich irgendwie die... Guck mal wieder. Oh, klar. Wir scheinen jetzt schon uns... Ja. Nie gut bewachter. Ja. Locations. Komm mal hier. Wir sind direkt neben den Verlasten. Reaver. Ach, super. Wird landen nicht hier. Wird landen nicht hier. Mehrere Reaver. Oh. Wo ist er denn? Fühlt sich direkt nur aus. Also er fliegt aber auch noch. Wir waren nicht zu landen. Oh. Oh. Was war das? Ja, die Dinger kann auch schießen. Und das wird halt weh. Ach, hier machen wir... Äh, man sieht's ganz schön aus, oder? Und müssen wir die jetzt vom Nimmel herwohnen, oder was? Ja. Das ist ja auch in Arsch, ne? Das ist immer nicht ganz so nett. Ich hab das sehen schon. Oh. 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 Der Wulsch. Der direkt neben uns. Boah. Aufdach. 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 Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Ich hoffe, dass die Lägen sind. Okay. Alter. Da schwimmt wieder einer. Ey, weitermachen. Gleich weitermachen. Erstmal in die Leitung. Ach, der Mann ist so wie geil. Nicht schon wieder. Und immer weiter drauf. Ist er kaputt? Ach, ich hab's auch nicht. Das war knapp, ey. Mit dem letzten Schuss. Ach, das ist ein Mörder. Nach Hause telefonieren. Sehr schön. Dann ist Jack also fertig. Dann was wir sehen hier. Ich muss ja hier aus der Deckung, ja. Praktisch. Das wird nicht vorhin Merkungen sein. Ja. Gut. Nehmen wir aus der Deckung. Das ist ein wenig weg. Nehme ich mit. Ich tausche mal wieder auf den... Jetzt sind wir jetzt wieder klar. Was muss es lang gehen? Die müssen jetzt warten, aber muss ich stärker oder nicht? Äh, ne. Ich glaube, die können weiter. Ist da nicht mehr zu laufen. Äh, ist da ein Tor offen? Bei dir in der Nähe? Ich glaube da extra zu gehen. Äh, ne. Ich glaube wir hätten einen Namen gefunden. Ob hier ein Tor ist. Also ich habe ja ein Tor gesehen, aber es war nicht offen. Ich bin mir noch interessieren, was hier so ist. Jetzt sind wir nämlich von hier gekommen. Findest du? Ja doch tatsächlich, ja. Wir sind von hier gekommen. Das muss auf der anderen Seite. Da wo die gerade in den letzten Jahren hergekommen sind. Ja, wir sind hier über den Kreis gegangen. Ah, ja gut. Dann gehen wir jetzt in den Mörser rein. Genau. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es da weitergeht. Schreibe ich in den Mörser auch nochmal. Und ich habe hier rechts ein Tor gesehen. Ich weiß noch nicht ganz, was ich da weiter auf sich hätte. Ich weiß noch nicht. Ja, was ist denn überhaupt? Ja. Ist da angetan ein Schalter? Oh, warum macht der mit oben auf? Vielleicht schätze ich mal, Leute. Ich würde... Ich würde was passieren, ne? Geben die Deckung, wenn jemand... Da kommen die schon. Achtung! Grindlift, kommen wir runter! Was hat drum zu machen? Okay, das Signal hat funktioniert! Ach, wo ist bei dir doch her? Die Verstärkung kommt. Oh Gott! Da steht man drauf, ne? Der nächste! Und wir sind das? Ja, 100 Punkte oder die Welt. Scheiße, ja! Ja! Gut kosten? Ja, schon kurz. Alleine und zwei Sekunden. Gut, dann schiebe ich jetzt mal. 15 Meter. So, besser? Ja. Doch, mir reicht. Da geht ne Wand auf. Das heißt, da kommen jetzt schon vielleicht noch mehr. Ich weiß auch nicht. Also ich habe es nicht gesehen. Links von mir. So, jetzt gerade direkt vor mir ist ne Wand auf. Oh ja, ich sehe da auch schon. Ah, das geht nicht in Deckung. Nicht so. Scheitern. Boah, die haben aber auch Mörser, ne? Also viel bewegen jetzt. Und sonst kommt nämlich auch was noch mehr. Ich war sogar im Laufen, als der Mörser mich hier gestreut. Da sind viel bewegen. Und jetzt auch weg hier. Ah, ich nehme mir so einen Schaflitz. Der Mörser muss weg. Ja, mach den mal weg, bitte. Der ist in der Höchstung der Fall. Ah! Guck mal. Guck mal. Ohne Gesicht. Sehr geil. Grindlift. Immer weiter geht's ja. Oh, hier habe ich schon mal einen Niffen dabei gefunden. Trotzdem, finde ich, kann man sich nicht darüber freuen. Die Stimmung ist ganz klar gedrückt hier. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja zur Hölle. Sie wissen, ich bin will. Die erste Satz gereicht. Oh Gott, war das knapp. Die sind jetzt Ticker. Ticker, Ticker, Ticker. Die schießen ja auch aus einem Rohr, ne? Au! Hier Ticker hat er echt ab. So. Hier ist doch irgendwo so ein Mörser-Typ. Da! Der Mörser-Typ ist weg. Hier habe ich hier rechts eben auch irgendwas gesehen. Irgendwas hat er von hier oben geschossen, oder? Ist da noch was? Ne. Ist hier noch was? Ne. Okay. Gut, dann wette ich, müssen wir gleich diesen Schalter da drücken. Richtig auch. Wir können jetzt einen Moment durchatmen. Diese Folge war jetzt ganz emotional, was mir gerade jetzt ganz gut gefällt. Ja. So ein bisschen stumpfes Ballern und traurige Schnitt, ey, ist nicht schlecht. Ganz, ganz meiner Meinung. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Duo Gears of More. Das war das erste Mal ist das Ganze und über das nächste Mal ist es sehr gut. Das war es sehr gut. Das war es nochmal.